Green River Killer machte gnadenlos Jagd auf die Prostituierten von Seattle. Ein ideales Revier für Serienmörder, leichte Beute. Er beging mehr Morde als jeder andere amerikanische Serienkiller. Vermutlich tötete er 70, 80 Frauen. Er beging vier, fünf Morde pro Monat. Erst nach 20 Jahren wurde er gefasst. Er hatte seine Mörderkarriere und sein Leben als Vater, Ehemann und Angestellter. Erst mithilfe der Wissenschaft kam an der Identität des Green River Killer auf die Spur. Ich sagte, Tom, wissen wir jetzt, wer er ist? Der Green River fließt im äußersten Nordwesten der USA an Seattle vorbei. Er ist ein beliebtes Ausflugsziel, wo die Städter gerne ihre Freizeit verbringen. Doch ab den 80ern kam ein Mann hierher, um zu morden. Die ersten Opfer werden im Sommer 1982 aufgefunden. Alle waren geschockt. In die Gegend fuhr man mit den Kindern zum Picknicken, zum Schwimmen. Die erste Leiche fanden zwei Kinder, die auf ihren Fahrrädern unterwegs waren. Am 15. Juli 1982 entdecken die beiden Kinder eine nackte Leiche, die unter der Peckbridge gestrandet ist. Es handelt sich bei der Toten um Wendy Lee Coffield, eine 16-jährige Ausreißerin. Sie ist erdrosselt worden. Vier Wochen später treibt die nackte Leiche von Deborah Bonner mit dem Gesicht nach unten im Fluss. Auch sie erdrosselt. Alles rätselte. War das das Werk desselben Täters? Wann hat es begonnen? Wann hört es auf? Wie kann so etwas sein? Nur drei Tage später, am Sonntag, dem 15. August, macht ein Schlauchbootfahrer einen weiteren grausigen Fund. Zuerst hielt er es für eine Schaufensterpuppe, dann für zwei und er dachte, komisch, wer versenkt denn zwei Schaufensterpuppen im Fluss? Er paddelte näher und da erst sah er, dass es zwei Tote waren. Diese Opfer wurden später als Cynthia Heinz und Marsha Chapman identifiziert. Ihre Leichen waren durch schwere Steine unter Wasser gehalten worden. Detective Dave Reichert, der schon den Fall Deborah Bonner bearbeitet, ist als erster Ermittler vor Ort. Marsha Chapman lag mit dem Gesicht nach oben im Wasser. Einer ihrer Arme bewegte sich in der Strömung leicht hin und her, als würde sie um Hilfe winken. Hallo, hier bin ich. Bitte helfen Sie mir. Als er sich am Flusslauf entlang durch das Gestrüpp zur Fundstelle vorkämpft, stolpert er fast über eine weitere Tote, die 16-jährige Opel Mills. Damit sind es bereits drei nackte Frauenleichen an einem Tag und mehr oder weniger am selben Ort. Deborah Bonner am 12., drei weitere Leichen am 15., da wussten wir, dass ein Serienmörder umgeht. Die Leichen wirken, als hätte sie der Täter sorgfältig in Szene gesetzt, als seien sie Schaufensterpuppen und keine Menschen. Bei zwei von ihnen werden in der Vagina kleine Steine gefunden. Der Mörder will sich offensichtlich eine unverwechselbare Handschrift geben. Auf dem Fluss erkennt man den Versuch einer Anordnung. Das soll so etwas wie ein Markenzeichen sein. Aber warum das mit den Steinen in der Vagina? Um das zu verstehen, müsste man in den Kopf des Mörders schauen können. Wir nahmen sofort an, dass es sich um ein und denselben Täter handelt und dass er uns nur wenige Stunden voraus war. Unmittelbar vor seiner Entdeckung hatte der Schlauchbootfahrer am Flussufer einen Mann gesehen, der ihm merkwürdig vorkam. Er winkte diesem männlichen Weißlein einen kurzen Gruß zu, der grüßte zurück. Und dann stieg der Mann laut dem Zeugen in seinem Pick-up und fuhr weg. Reichert und seine Kollegen von der Spurensicherung durchkämmen in Ufernähe die Bäume und das hohe Gras nach Spuren des Mörders. Bei jeder Tatortbesichtigung versucht man, sich in den Täter hineinzuversetzen. Was hat er gemacht? Wo ist er gegangen? Was hat er gedacht? Die akribische Suche führt zu zwei wichtigen Funden. Der erste war gleich ein Volltreffer. Körperflüssigkeit. Spermarückstände, die wir in ein Reagenzglas gaben und einfroren. Und als zweites interessantes Stück fanden wir eine Bluse, einen halben Kilometer Fluss abwärts, völlig fernab. Die Bluse lag an einer Stelle, wo viele Leute ihren Müll abluden. Dass wir sie aufhoben, war ein, wie sich herausstellen sollte, glücklicher Zufall. Ein weiteres Beweisstück hatte die Polizei bereits bei der ersten Leiche gefunden, als von einem Serienmörder noch keiner etwas ahnen konnte. Die dritte Spur vom Randy Coffield-Fundert war eine Bandage. Die Arbeit der Spurensicherer sollte entscheidend zur Ergreifung des Mörders beitragen. Doch leider erst 20 Jahre später. Bis es dazu kam, brachte der Green River Killer mindestens 48 Frauen um. Damals ahnten wir nicht, wie schlimm es noch werden sollte. Nachdem die ersten Leichen aufgetaucht waren, breitete sich in den Ortschaften entlang des Green River Angst aus. Wenn man in diesem Sommer allein im Auto saß, kam ständig die Polizei und fragte, was man da tat. Es war seltsam. Die Polizei von King County setzte mit anderen Behörden eine groß angelegte Ermittlung in Gang. Von nun an wurde der Flusslauf ständig überwacht. Doch dieser Teil der Fahndungsstrategie gelangte an die Öffentlichkeit und blieb daher ergebnislos. Das mit der Überwachung kam in den Nachrichten, woraufhin er seine Opfer nicht mehr am oder im Fluss ablegte. Er wusste leider sehr viel von uns. Im September findet man nahe dem Flughafen Seattle-Tacoma eine sechste erdrosselte Frau. Sie liegt in einem Waldstück, wo viele Straßenprostituierte mit ihren Freiern hinfahren und wird als Giselle LaVaughn identifiziert. Wie sich herausstellt, ist die 17-Jährige bereits im Juli verschwunden. Alle bisherigen Opfer waren entweder Ausreißerinnen oder Prostituierte vom Straßenstrich entlang des Pacific Coast Highway, wo sie auch zuletzt gesehen worden waren. Wenn es in einer Stadt irgendwo Prostituierte, Drogensüchtige, Obdachlose gibt, ist die Gegend das ideale Revier für Serienmörder. Leichte Beute. Der Mörder hat offensichtlich ein spezielles Interesse an Prostituierten. Das mag mit seinem Vorleben zu tun haben, kann aber auch einfach daran liegen, dass er an diese Frauen so leicht herankommt. Die Opfer waren schutzlos, Mädchen, junge Frauen. Wir haben schon Straßenprostituierte aufgelesen, die erst elf Jahre alt waren. Die spärlichen Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen ergaben noch keinerlei konkrete Spur. An einer Prostituierten findet man Haare und Gewebe, auch Sperma. Aber man weiß nicht, ob es von einem früheren Feuer stammt oder vom Täter. Zu allem Übel spielen auch die nicht nachlassenden Medienberichte dem Täter geradezu perfekt in die Hand. Sie finden die Opfer im Fluss und schon wechselt er aufs Land. Ich denke, er war immer darum bemüht, seine Strategie, seine Methoden noch weiter zu verfeinern. Als Jäger reifte er beträchtlich, wurde immer listenreicher, bis er vier bis fünf Mal pro Monat mordete. Die Zahl seiner Opfer nahm stetig zu. Ende 1983 hatte man bereits 13 Leichen gefunden und zwei Dutzend weitere Frauen waren vermisst gemeldet. Ans Wasser sollte der Mörder jedoch nie mehr zurückkehren. Und dennoch blieb er für die Öffentlichkeit über all die Jahre hinweg stets der Green River Killer. Im Juli 1982 hatte der Albtraum im Idyll der ländlichen Gegend um Seattle begonnen. Aber die drei Leichen vom Green River wirkten bald schon fast wie ein gemäßigter Auftakt im Vergleich zu dem, was sich in den folgenden anderthalb Jahren im Gebiet um den Straßenstrich am Pacific Coast Highway abspielen sollte. In dieser Zeit vergeht kaum ein Monat ohne neue Funde und oft findet die Polizei an einer Stelle die sterblichen Überreste gleich mehrerer Frauen an einem Platz. Sein Markenzeichen, seine große Vorliebe waren die Leichenhaufen. Dadurch behielt er im Kopf, wo sie waren und konnte jederzeit wieder herkommen und statt einem gleich sechs oder sieben Morde nacherleben. Die entlegenen Fundorte sprechen dafür, dass er bei Gelegenheit zurückkam. Er mochte es gar nicht, wenn sie entdeckt wurden, wenn man sie ihm wegnahm. Wir fanden die Beine öfter in Positionen, die nahe legten, er hätte sich an den Leichen vergangen. Die nicht abreißenden Morde versetzen alle in Angst und Schrecken. Am meisten natürlich diejenigen, die am gefährdetsten waren. Der Druck auf die Polizei wächst mit jedem Tag. 5, 6, 7, 8, stop the murder, stop the rape! 1984 bekommt die Sonderkommission Green River Killer eine neue Führung, mehr Personal und eine Hotline für Hinweise aus der Bevölkerung. Doch auch die bringt eher magere Ergebnisse, wie zum Beispiel Hinweise auf einen Pickup-Truck. Wir machten also eine Liste von allen, die Pickups besaßen und eine mit allen, die wegen Verkehr mit Prostituierten einmal verhaftet worden waren. Um ein klareres Bild des Täters zu bekommen, wendet sich die Polizei an die Behavioral Science Unit des FBI. Die heute legendäre Schule der Profiler steckte damals mit ihren Verhaltensanalysen allerdings noch in den Kinderschuhen. Der Green River Killer war einer der ersten Fälle, den die Einheit für Verhaltensforschung bearbeitete. Und sie schickten auch einige Profiler vor Ort. Laut ihrem Täterprofil handelte es sich um einen männlichen Weißen, der weder dazu fähig war, einer festen Arbeit nachzugehen, noch ein geregeltes Ehe- und Familienleben zu führen. Ich schrieb in meinem Täterprofil, dass der Gesuchte sich in der Gegend gut auskennen müsse, also er kein Stubenhocker sei. Und dass er versuchen könnte, sich selbst an den Ermittlungen zu beteiligen, zum Beispiel als Kontaktmann zu den Straßenprostituierten. Die Polizei stellte lange Listen von Verdächtigen zusammen. Es war geradezu unheimlich, auf wie viele Männer das Profil zumindest teilweise zutraf. Am Ende standen auf unseren Listen 12.000 bis 15.000 Namen von Verdächtigen, die wir zu überprüfen hatten. Als erster gerät ins Visier der Ermittler ein vorbestrafter Taxifahrer, der der Polizei seine Hilfe anbietet. Ein Hauptverdächtiger war ein Taxifahrer, ohne dass wir irgendeinen Beweis gegen ihn gehabt hätten. Keiner wusste das. Hinzu kommt, dass viele der toten Mädchen nicht einmal vermisst gemeldet worden waren. Daher konnte man sie oft nur schwer identifizieren oder nachvollziehen, wo sie herkamen. Wenn ein Mädchen verschwand, konnte es genauso gut auf irgendeinen anderen Strich zwischen San Diego und Alaska gewechselt haben. Das erschwerte unsere Arbeit. Und das Publikum auf einem Straßenstrich gibt selten ideale Augenzeugen ab. Viele wollten erst gar nicht mit uns reden, weil sie ohnehin schon Probleme mit der Polizei hatten. Also fälschten sie ihren Namen, ihr Geburtsdatum und veränderten ihr Aussehen. Im Januar 1984 werden dem Green River Killer bereits 48 Morde zugeschrieben. Damit ist die Zahl seiner Opfer schon fast genauso groß wie die der Ermittler, die ihn jagen. Jeden Tag erinnerten uns beim Hinausgehen die Fotos der 20, 30, 40 Frauen, die diesem Mann zum Opfer gefallen waren, daran, dass wir nicht aufgeben durften. Dennoch tappt die Sonderkommission auch weiterhin mehr oder weniger im Dunkeln. Da erreicht sie ein Hilfsangebot aus einer völlig unerwarteten Richtung. Serienmörder Ted Bundy hat zehn Jahre zuvor in der Gegend um Seattle selbst mindestens acht junge Frauen umgebracht. Das Gespräch mit Ted Bundy war auf jeden Fall interessant und bestätigte unsere eigenen Annahmen über den Täter. Bundys Ansicht nach kehrte der Riverman, so nannte er ihn, immer wieder an die Orte seiner Taten zurück, um sich an den Leichen zu vergehen und jeden Einzelnen seiner Morde vor seinem geistigen Auge nachzuerleben. Ted Bundy empfiehlt nach einem Opfer zu suchen, das dem Riverman entkommen konnte. Tatsächlich gibt es bis dahin aber nur eine einzige Überlebende, Rebecca Gardé. 1982 hatte sie einen Freier, den sie im Nachhinein als den Green River Killer erkennt. Er wollte es auf keinen Fall in seinem Truck machen, aber ich weigerte mich, mit ihm in den Wald zu gehen. Irgendwas war da faul. Ich wurde sehr nervös, ich zitterte richtig. Er sagte, entweder wir gehen da rauf, oder es wird nichts draus. Ich folgte ihm also hinauf und dort flippte er dann auf einmal aus, weil ich ihn angeblich gebissen hätte. Er packte mich am Hals. Er versuchte mit aller Kraft, mir die Luft abzudrücken. Mit den Händen am Hals und auf meinem Gesicht. Das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Irgendwie schafft sie es, sich loszureißen und wegzurennen. Er sagte währenddessen kein Wort. Ich erinnere mich aber an sein Gesicht, als er sich so plötzlich auf mich stürzte. Ich erinnere mich mit diesem Angriff. Als Gardé den Mordversuch bei der Polizei meldet, zeigt man ihr Fotos von Verdächtigen. Und sie pickt einen davon heraus, sein Name Gary Ridgway. Allerdings liegen mehr als zwei Jahre und mindestens 28 Morde zwischen dem Angriff des Green River Killers auf sie und ihrer Anzeige. Manche fragen sich, warum Gardé so lange damit gewartet hat. Der Angreifer, den Gardé identifiziert, ist kein unbeschriebenes Blatt. Gary Ridgway war schon aktenkundig, bevor am Green River die ersten Leichen auftauchten. Er war bei einer verdeckten Ermittlung des Sitten-Dezernats aufgefallen, als er eine Undercover-Polizistin sexuell bedrängte. Doch Ridgway, ein geschiedener Vater und fest angestellt, passt nicht in das FBI-Profil eines Serienmörders. Zu ihm passte das vorgegebene Profil überhaupt nicht. Ein zuverlässiger, pünktlicher Arbeiter, dazu gleich mehrere Ehen. Nicht gerade der perfekte Verdächtige. Damals herrschte die Meinung vor, dass Serienmörder eher bindungslos waren, dass sie bestenfalls vorübergehend feste Jobs hatten, nicht sonderlich gut ausgebildet waren, einsam, ohne Familienanschluss. Und diese Dinge trafen eben auf einige potenzielle Verdächtige nicht zu. 1983 war der Name Ridgway ein zweites Mal aufgetaucht, diesmal direkt in Verbindung mit den Morden. Der Zuhälter des Opfers Mary Malva sagte aus, er habe sie in einen Pick-up steigen sehen. Auf ihn wirkt sie verunsichert, als er ihr Gesicht durch die Windschutzscheibe sieht. Und dann verschwindet sie in der Nacht. Er erzählte Mary Malvas Familienangehörigen davon, die später den Pick-up vor Gary Ridgways Haus aufspürten. Als die junge Frau nicht zurückkehrte, gingen sie zur Polizei. Er wurde festgenommen, nachdem er Mary Malva verschleppt hatte und zu ihrem Verschwinden befragt. Aber irgendwie konnte er sich da herausreden. Dasselbe Kunststück gelingt ihm auch ein Jahr später im Fall Rebecca Gardé. Er behauptet, sie hätte ihn gebissen und er hätte sich nur verteidigt. Daraufhin lässt man ihn gehen. Gary Ridgway gilt als ein Hauptverdächtiger, aber die Beweislast gegen ihn reicht nicht aus. Ridgway steht sowohl auf der Liste der Pick-up-Besitzer, als auch auf der Liste derer, die mit Prostituierten verkehren. Er wird auch verhört, aber natürlich leugnet er alles. Er wurde von einer Sonderkommission mehrmals verhört. Aber obwohl er bei einem der längeren Gespräche erst drei Wochen zuvor eine Frau ermordet hatte, zeigte er nicht die leiseste Spur von Nervosität. Sogar ein Test mit dem Lügendetektor besteht Ridgway souverän. Ein Lügendetektor schlägt bei Schuldgefühlen aus. Aber wenn jemand wegen seiner Taten gar keine Schuldgefühle hat, kann er bei einem solchen Test alle hinters Licht führen. Er sagte immer, sehe ich wie der Green River Killer aus? Und er war ja auch ein eher schmächtiger Typ von völlig unscheinbarem Benehmen und Aussehen. In der Zwischenzeit geht das Morden weiter. Manchmal wirkt es sogar, als wolle sich der Green River Killer über seine Verfolger lustig machen. Er sagt sich, ich bin doch ziemlich gut. Mich jagt eine ganze Sonderkommission, aber sie kriegen mich einfach nicht. Und so fängt er an, als eine Art Spiel, die Leichen immer wieder neu zu platzieren. Der Green River Killer vertuschte seine Verbrechen. Er zerstörte gezielt Beweise und reinigte die Leichen von Spuren, die er hinterlassen haben könnte. Fingerabdrücke vermied er peinlichst und wenn es doch welche gab, beseitigte er sie nachträglich. Er ist ein sehr schlauer Verbrecher, der sich immer bewusst ist, dass die Polizei alles daran setzt, ihn zu finden. Ab 1984 geht die Zahl der Leichenfunde zurück. Vermutungen werden laut, der Killer habe das Weite gesucht. In Wahrheit jedoch hat er nur seine Methode geändert. Er stapelt die Leichen nicht mehr und er bringt sie weiter weg. Manche bis zu 250 Kilometer südlich. Nach Oregon. Er kehrt zu längst verwesten Leichen zurück und entfernt die Skelette. Sicher auch, um die Polizei zu verwirren. 1987 verstärkten sich die Verdachtsmomente gegen Ridgeway ein weiteres Mal. Wiederum durch den Hinweis einer Prostituierten. Wir kamen wieder auf ihn zurück, weil die Prostituierte eine gute Beschreibung mit weiteren Details lieferte. Auf diese Aussage hin konzentrieren sich die Ermittler nun auf Ridgeways Pickups und versuchen zu beweisen, dass er an den Tagen, als die Opfer verschwanden, zum Straßenstrich gefahren ist. Wir errechneten aus seinem täglichen Fahrtweg zur Arbeit den Benzinverbrauch. Seine Benzinrechnungen waren weitaus höher. Allein den Kreditkartenabrechnungen zufolge, Bargeld war da noch gar nicht drin. Parallel dazu wurde immer deutlicher, dass Ridgeway für jedes einzelne Morddatum in Frage kam. Die Ermittler fahren mit einem Durchsuchungsbefehl zu Ridgeways Haus, um nach Beweisen zu suchen. Außerdem lassen sie sich von ihm eine Speichelprobe geben. Auf Verbandmull. 1987 gab es noch keinen DNA-Test, aber wir frohren den Mull ein. Die Durchsuchung des Hauses blieb ergebnislos, obwohl Ridgeway viele Jahre später gestehen wird, dort mehrere Morde begangen zu haben. Mr. Ridgeways Aussage zufolge tötete er die Frauen immer im Schlafzimmer. Danach zog er üblicherweise gleich das Bettzeug ab und warf es in die Waschmaschine, noch bevor er mit der Leiche das Haus verlassen hatte. Dadurch blieben keine Spuren zurück. Die Polizei durchsuchte auch seinen Spind in der Fabrik, wo er schon seit Jahren sein Geld mit dem Lackieren von Trucks verdiente. Ab da machte sich so mancher seine Gedanken über den bislang so unauffälligen Kollegen. Wir hatten das einzigartige Erlebnis, neben ihm zu arbeiten, während wir ständig daran dachten, ob es nun war. Manche meinten ja, manche nein. Seine Nachbarn wunderten sich vor allem über die Unmengen an Kremskrams, die er besaß. Er veranstaltete riesige Hofverkäufe mit Tonnen von Zeug. Seltsam waren immer all der jungen Mädchenschmuck und die Damenschuhe. Das verstand ich nicht. Dennoch hätte keiner diesem Gary Ridgway ein solches Doppelleben zugetraut. Wenn man mich fragt, was den Alltag von Gary Ridgway bestimmte, so würde ich sagen, Tod und Sex. Nur darum ging es in seinem Seelenleben. Nicht um Karriere oder sonst eine Leidenschaft. Egal ob er aß, schlief, wahrscheinlich sogar, wenn er mit seiner eigenen Frau im Bett war, immer dachte er nur daran, wie er im Wald eine Frau vergewaltigt und tötet. Das war für ihn das Höchste. Er wurde ein Virtuose unter den Serienmördern. Sonst konnte er nicht viel, aber beim Auflauern und Töten gehörte er zu den Besten. Da immer weniger Leichen gefunden wurden und weiterhin handfeste Beweise fehlten, lief auch die Suche nach dem Mörder allmählich nur noch auf Sparflamme. Die Sonderkommission Green River Killer schrumpfte immer mehr zusammen, bis sie 1991 nur noch aus genau einem Detektiv bestand. Irgendwann war nur noch ich da. Aber ich wollte meine Pflicht erfüllen. Schließlich war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob der Fall ohne mich überhaupt weiterverfolgt worden wäre. Tom Jansen wurde zum Wächter im Grab eines scheinbar Totenfalles. Er verwaltete akribisch alle Spuren, die an den Dutzenden Fundorten gesammelt worden waren. Ansonsten konnte er nichts anderes tun, als auf den Tag zu warten, an dem die Wissenschaft in der Lage sein würde, aus den Indizien gegen Gary Ridgway eindeutige Beweise zu machen. In den 90er Jahren war vom Green River Killer kaum noch die Rede. Es tauchten keine Leichen mehr auf. Was aber genauso gut daran liegen konnte, dass der Mörder sie nun noch sorgfältiger versteckte. In dieser Zeit setzte Tom Jansen seine Hoffnung auf die Fortschritte in der Kriminaltechnik. Durch den genetischen Fingerabdruck, so hieß es, werde man bald jede Form von Körpergewebe eindeutig einem Menschen zuordnen können. Sobald dieses Verfahren die vor Gericht nötige Verlässlichkeit erreicht hatte, wollte er es unverzüglich auf Gary Ridgway anwenden. In den 80ern hätte ein Vergleich von Ridgways Speichelprobe mit den Spermaspuren, die an einigen Opfern gefunden worden waren, noch eher geringe Erfolgsaussichten gehabt. Man sagte uns, die Sache sei noch nicht ausgereift und die wenigen Spuren, die wir hatten, könnten bei den Tests zerstört werden. Deshalb sollten wir besser warten, bis die Wissenschaft soweit sei. Dank der heutigen Technologie können wir mit dieser Art DNA-Spuren etwas anfangen. 1987 war das noch anders. Heute können wir sogar aus mehr als 30 Jahre alten Proben komplette DNA-Profile erarbeiten. Damals, mit der alten Technologie, wären wir hingegen vermutlich zu überhaupt keinem Ergebnis gekommen. Aufgrund der geringen Menge und des Zustandes der Spermaspuren hätten wir wahrscheinlich nur eine Chance gehabt. Und da wollten wir so sicher gehen wie nur möglich. Also legten wir unsere Beweise noch für ein paar Jahre auf Eis. Gary Ridgway blieb also weiterhin in Freiheit. Obwohl er bereits in den 80ern einer unserer fünf Hauptverdächtigen war, lebte er die ganzen 80er und 90er Jahre hindurch ungestört weiter. Wir konnten ihn 1987 nicht festhalten. Genauso wenig, wie wir ihn 84 und 83 hatten festhalten können. Er muss sich wie ein Sieger gefühlt haben. Gary Ridgway schien privat sogar ausgesprochen glücklich zu sein. 1988 heiratete er. Zum dritten Mal. Als sie hierher zogen, waren sie frisch verheiratet und sichtlich verliebt. Man sah sie nur zusammen. Ihre Augen funkelten und sie lachten ständig. Das Eheglück bremst Ridgways Drang zum Töten. Aber es stoppt ihn nicht. Jetzt verschleppt er seine Opfer in noch abgelegenere Gebiete, wo sie keiner mehr findet. Am Arbeitsplatz in der Fabrik spielt er mit seinen Kolleginnen kleine Spielchen. Hier und da hinterlässt er für sie ein Schmuckstück seiner Opfer. Eine der Angestellten fand es und freute sich darüber. Und Gary verfolgte das wohl heimlich und ging dann mit einem kleinen Grinsen weg. Er hatte seine geheime Mörderkarriere, führte aber gleichzeitig nach außen sein Leben als Vater, Ehemann und Angestellter weiter. Aber dann, im Jahre 2001, bekommt Tom Jensen von den Gerichtsmedizinern endlich grünes Licht. Er holt seine sorgfältig gehüteten Beweise aus den Schränken. 2001 schickten wir unser Material ein, das Sperma vom Flussufer und die Speichelprobe auf dem Mullen. Die moderne Technologie nutzt die Polymerase-Kettenreaktion. Mit Hilfe dieses Verfahrens kann man die DNA aus einer winzig kleinen Probe, sagen wir einem Stecknadelkopfgroßen Blutfleck, nach belieben kopieren, auch wenn man vorher nur ein oder zwei Moleküle hatte. Man hat jetzt also diese wunderbare Möglichkeit, aus kleinen Beweismengen große zu machen. Vor 19 Jahren war eine Frau namens Marsha Chapman tot aus dem Green River geborgen worden. Nun sollen die Spuren an ihr und zwei anderen Leichen im Washington State Crime Lab den Täter endlich zu Fall bringen. Wir hatten eine Spermaprobe, aus der wir ein DNA-Profil gewannen, das auf Ridgeways Profil passte. Es war wirklich erstaunlich. Durch Polymerase-Kettenreaktion einer repetitiven DNA erhalten wir enorm viele Informationen, sogar bei sehr alten oder schlecht erhaltenen Proben, egal wie groß sie sind. Mit dieser Methode konnte auch der Green River Killer überführt werden. Endlich verfügt die Polizei also über das nötige Handwerkszeug, um den Mörder festzunageln. Tom Jensen kam in mein Büro mit drei Dokumenten. Auf dem ersten stand, dass wir nun den ersten Beweis für die Verbindung einer bestimmten Person zu dem Fall hatten. Er gab mir das zweite auf dem Stand, dass dieselbe Person für zumindest zwei Fälle verantwortlich war. Wir würden also nicht nur einen Fall lösen und immer noch all die anderen vor uns haben. Es sah so aus, als könnten wir eine Person mit allen Leichen im Fluss in Verbindung bringen. Das dritte Dokument befindet sich in einem Umschlag. Tom hatte Tränen in den Augen, ich auch. Und ich sagte zu ihm, Tom, wissen wir jetzt, wer der Green River Killer ist? Er musste ihn gar nicht mehr aufmachen. Er sagte nur, es ist Gary Ridgway, oder? Wir hatten Spuren von 1982. Wir hatten Spuren von 87. Aber die DNA-Analyse entwickelte sich so richtig erst in den späten 90ern. Dass wir nun tatsächlich diese Spuren doch noch verwerten konnten. Dass die Wissenschaft uns nun mit absoluter Gewissheit sagen konnte, dass der Mörder einer von unseren 12.000 bis 15.000 Verdächtigen war. Das war unglaublich. Am 30. November 2001 brechen sie auf, um Gary Ridgway, den vielleicht schlimmsten Serienmörder der amerikanischen Geschichte, festzunehmen. Wir fuhren in einem Zivilfahrzeug hin, einem Geländewagen. Als Ridgway nach der Arbeit auf den Parkplatz kam, stiegen wir aus und verhafteten ihn. Er reagierte sehr gelassen. Er sagte nur ein einziges Wort. Okay. Er stellte keine Fragen, zeigte keinerlei Gefühl, stieg gleich freiwillig ins Auto. In den 20 Minuten auf dem Weg zur Justizbehörde fragte er nur, was wird aus meinem Wagen? Ein Nachbar klopfte an die Tür. Clem, schau mal, wen Sie verhaftet haben. Im Fernsehen war ein Foto von Gary und ich sagte, das ist doch wohl ein Witz. Gary Ridgway, der Green River Killer? Der Green River Killer. Based on newly developed DNA evidence, Gary Leon Ridgway is charged with killing Marsha Faye Chapman, Carol Ann Christensen, Cynthia Jean Hines and Opal Charmaine Mills. Ridgway hatte fast von Anfang an mit zum engeren Kreis der Verdächtigen gehört. Wie kann es sein, dass die Justiz ihn dennoch so lange nicht überführen konnte? Er war einfach sehr gut. Er gab uns nicht viele Anhaltspunkte. Trotzdem sammelten wir das bisschen, was da war. Und 20 Jahre später zahlte es sich aus. Wir waren dran. Wir haben ermittelt und Beweise gesammelt. Und als es zum Prozess kam, waren wir gut vorbereitet. Im März 2003 kommt ein weiteres Beweisstück hinzu. Auf einigen Decken, die bereits 1987 bei der Durchsuchung von Ridgways Spint beschlagnahmt wurden, werden Farbpartikel von seinem Arbeitsplatz entdeckt. Genau die gleichen Partikel finden sich auch auf der Bandage, mit der Wendy Cofield erdrosselt worden ist, und auf der nahe dem Fluss gefundenen Bluse. Wir fanden heraus, dass es sich um Sprühlack handelte, und zwar um das chemisch identische Material, das Gary Ridgway in der Arbeit verwendete. Partikel dieses Lachs trug er in sein Auto und in sein Haus. Und von dort gelangten sie auch an seine Opfer. Mit diesen Beweisen können Gary Ridgway sieben Morde nachgewiesen werden. Immerhin. Doch was ist mit den dutzenden anderen Fällen, die dem Green River Killer zugeschrieben werden? Die Ermittler entschließen sich zu einem Angebot. Sollte Ridgway seine Karten offen auf den Tisch legen, wird der Staatsanwalt nicht die Todesstrafe beantragen. Wir hätten unsere sieben Fälle vor Gericht bringen können. Aber dann wären wir Gefahr gelaufen, dass er freigesprochen wird. Und wir auch sonst nichts mehr erfahren. Also entschied wir uns zum Mittel des Plea Bargain, einer Verständigung im Strafverfahren. Dafür bekannte er sich schuldig und willigte ein, über weitere 65 Fälle auszusagen. Ridgway ist einverstanden. Die Ermittler machen sich nun daran, den Mann zu verhören, den sie 20 Jahre lang gesucht haben. Einer von ihnen ist Randy Malenecks, der von Anfang an dabei gewesen ist. Wir begannen das Verhör, indem wir ihm Fotografien sämtlicher Opfer vorlegten. Aber uns wurde bald klar, dass er ihre Gesichter nicht würde identifizieren können. Die Gesichter dieser jungen Frauen bedeuteten ihm nichts. Die Identität des Green River Killer steht endlich fest. 20 Jahre, in denen junge Frauen im Nordwesten der USA ständig in Furcht leben mussten, sind nun vorbei. Ende 2003 wird Gary Ridgway dem Gericht vorgeführt. Er ist des Mordes in 48 Fällen angeklagt. Das amerikanische Rechtsinstrument des Plea Bargain, das zu Ridgways Schuldbekenntnis geführt hatte, war in diesem Fall keineswegs unumstritten. Warum sollte ein 48-facher Mörder seine Strafe aushandeln dürfen? Was immer man davon auch halten möge, Ridgway gewährte dafür aufschlussreiche Einblicke in seine Gedankenwelt. Über sechs Monate hinweg wurde der Serienmörder befragt. Das Bandmaterial umfasst mehrere hundert Stunden. Die Ermittler lernten eine Seite von Ridgway kennen, die zuvor wohl nur seine Opfer zu Gesicht bekommen hatten. Die Bänder zeigen einen Menschen, der trotz seiner inneren Abgründe völlig unscheinbar wirkt. Gary Ridgway erinnerte sich immer nur daran, welche Schicht er gearbeitet hatte, als er den Mord beging. 30 Jahre lang hat er in derselben Fabrik gearbeitet, aber als seinen wahren Lebensinhalt betrachtete er die lange Liste seiner Opfer. Er ist für mich ganz klar ein Mensch, der keinerlei Reue verspürt. Wenn er mir oder anderen Ermittlern in die Augen sieht und sagt, ich tötete, weil ich es wollte, dann glaube ich ihm. Ridgway war inzwischen heimlich ins Hauptquartier der Sonderkommission transferiert worden. Dort lebte er fast sechs Monate lang in einem winzigen Büro, wo er auf dieser Matratze schlief. Er stand rund um die Uhr unter Aufsicht jener Leute, die ihm so lange vergeblich hinterhergejagt waren. Was diese nicht ganz einfach fanden. Das war die seltsamste Erfahrung in meinen 25 Jahren Dienstzeit. Man kommt ins Büro und er sagt zu einem, morgen oder gute Nacht und das sechs Monate lang. Das war für uns alle äußerst seltsam. Jeden Tag beantwortete Ridgway vor der Kamera Fragen. Hinter ihm saßen seine Strafverteidiger und ihm gegenüber die Polizisten, denen es oft schwer fiel, beim Verhör die Ruhe zu bewahren. 20 Jahre hatten sich in mir die Fragen angestaut und jetzt wollte ich antworten. Seine Antworten waren nicht immer einfach zu bewerten. Dieser Mann ist ein pathologischer Lügner, nicht nur ein gefühlloser Psychopath. Was Wahrheit ist und was Lüge, er kennt den Unterschied nicht. Dennoch brachten die Verhöre wichtige Ergebnisse. Die Ermittler erfuhren zum Beispiel, dass Ridgway seine erste Gewalttat bereits als Teenager begangen hatte. Damals hatte er einen achtjährigen Jungen mit einem Messer angegriffen. Dem Jungen zufolge hatte Ridgway gesagt, und er selbst bestätigt dies, ich wollte nur wissen, wie es sich anfühlt zu töten. Und dann lachte er und ging weg. Wichtige Aufschlüsse brachten auch die Passagen über Ridgways Beziehung zu seiner Mutter. Er war bis in seine frühen Teenagerjahre Bettnässer und erinnerte sich, wie sie ihm die Geschlechtsteile gewaschen hatte. Er empfand ihr gegenüber eine Mischung aus sexuellem Begehren und Erniedrigung. Er erzählte, er hätte sie beim Sonnenbaden beobachtet und dabei sexuelle Fantasien entwickelt. Und im selben Atemzug erklärte er, wie wütend er auf sie sei, dass er sie umbringen wolle. Mit 21 heiratete Ridgway und meldete sich zur Navy. Er wurde auf den Philippinen stationiert, wo er häufig die Rotlichtviertel aufsuchte, bis er sich eine Geschlechtskrankheit einfing. Entwickelte er hier seinen tödlichen Hass auf Prostituierte? Oder hasste er Frauen generell und tötete Prostituierte nur, weil sie leichte Opfer waren? Er erklärte auch, warum er zwei der Leichen auf dem Green River mit kleinen Steinen bestückt hatte. Das tat er, um zu verhindern, dass irgendwer sonst mit ihnen Sex hatte. Sie gehörten jetzt ihm. Damit wollte er signalisieren, die Tür ist zu. Nur ich habe vor ihrem Tod mit ihnen Sex gehabt. Kein anderer darf mit ihnen Sex haben. Außerdem schilderte er, wie er selbst auf dem Höhepunkt der Green River Killer Panik so viele Mädchen überreden konnte, mit ihm zu gehen. Seine Methode war, so zu tun, als hätte er Probleme mit seinem Pickup. Daraufhin kamen sie näher. Er wirkte ja nicht gefährlich. Man einigte sich und dann stiegen sie ein und fuhren mit ihm weg. Um Harmlosigkeit vorzutäuschen, schreckte er nicht einmal davor zurück, seinen eigenen Sohn zu benutzen, wenn er auf die Jagd nach einem neuen Opfer ging. Er fuhr mit ihr zu einem weit entfernten Ort, befahl dem Jungen im Wagen zu bleiben und verschwand mit ihr im Wald. Als er dann später allein zurückkam, fragte der Junge, wo denn das Mädchen sei. Und er antwortete, ach, sie ist heimgegangen, sie wohnt gleich hier in der Nähe. Er sagte wirklich, hätte mein Sohn was bemerkt, hätte ich ihn auch töten müssen. Am Ende haben die Ermittler auf fast alle ihre Fragen eine Antwort erhalten, bis auf eine. Er gab uns nie eine klare Antwort darauf, wie es dazu kam, dass er sich eines Tages entschloss, jemanden umzubringen. Als er älter wurde, so scheint es, verließ Gary Ridgway allmählich ein wenig seine Mordlust. Wobei die Ermittler davon überzeugt sind, dass er bis zum Schluss nie ganz mit dem Töten aufgehört hatte. Und sie glauben auch, dass die Zahl seiner Opfer weit höher liegt, als er zugeben wollte. Vermutlich tötete er 70, 80 Frauen. Nach Garys Zählung sind es 71, wenn man all die Stellen berücksichtigt, wo er Leichen abgelegt hat. Aber an einigen dieser Stellen haben wir dann rein gar nichts gefunden. Und man kann nicht sagen, ob das nun am Zahn der Zeit liegt oder an seinem schlechten Gedächtnis. Oder ob er uns vielleicht doch nur in die Irre führen wollte. Da gibt es wohl noch weit mehr Stellen, wenn man bedenkt, wie oft er da rausgefahren ist, um seine Opfer abzulegen oder umzubetten. Irgendwann hat er wahrscheinlich selbst den Überblick verloren. Ich denke, es sind noch viele einzelne Leichen irgendwo an Orten verstreut, an die er sich nicht mehr erinnern kann. Um Ridgeways Gedächtnis auf die Sprünge zu helfen, führte man ihn noch einmal an die bekannten Fundorte. Die Bilder der Nachtsichtkamera zeigen, wie er aus dem Wagen heraus die Gegend absucht. Er wirkt, als wäre er auf einer Art Jagdausflug. Wir sagten, bringen Sie uns zu einem Fundort im Seward Park, ohne weitere Angabe. Er dirigierte dann den Fahrer, hier links, hier rechts, dahin, dorthin. Und so brachte er uns direkt zu der Stelle, wo Mary West gefunden worden war. Er wurde richtig lebhaft auf diesen Ausflügen. Wir sagten es ihm nie im Vorhinein, sondern holten ihn einfach ab. Manchmal um halb vier, vier Uhr morgens. Er kannte sich sehr gut an den Haufenstellen aus. Sein Ausdruck. Highway 410, Star Lake, Interstate 90, Ausfahrt 38. Dort legte er seine Opfer ab. Und dort erzählte er uns dann auch Details. Ridgeway führte die Ermittler zu vier weiteren bislang unentdeckten Opfern. Insgesamt konnte man in 48 Mordfällen seine Täterschaft bestätigen. Und noch zwei weitere aufklären. Wir konnten also im Zusammenhang mit Ridgeway 50 Mordfälle lösen. Ich glaube, so lange, sechs oder sieben Monate, ist noch niemand zuvor je verhört worden. Aus diesen Videobändern ist eine Menge zu lernen. Ich denke, sie werden noch sehr, sehr lange als Lehrmaterial dienen. Am 5. November 2003 bekennt sich Gary Ridgeway schuldig des Mordes in 48 Fällen. Trotz der schier endlosen Schuldbekenntnisse von Reue ist beim Täter weiterhin nichts zu sehen. Marcia Chapman Guilty Colleen R. Brockman Guilty Immerhin ist er aufgestanden und hat die Worte gesagt, auf die wir so lange gewartet hatten. Guilty Nur einmal zeigt er eine Gefühlsregung, als bei seiner Verurteilung die Angehörigen der Opfer auftreten. Mr. Ridgeway You've made it difficult To live up to What I believe And that is What God says to do And that's to forgive And he doesn't say to forgive just Certain people He says to forgive all So you are forgiven, sir. Für mich ging es nur um die Opfer und das, was er ihnen angetan hat, nicht um ihn. Natürlich verdient er den Tod für seine Taten, aber das würde den Opfern auch nichts mehr bringen, so viele es auch waren. 2004 wurde Gary Ridgeway zu lebenslanger Haft verurteilt. Eine Verkürzung der Strafe ist ausgeschlossen. Green River Killer Im Juli 1982 hatte der Albtraum im Idyll der ländlichen Gegend um Seattle begonnen. Aber die drei Leichen vom Green River wirkten bald schon fast wie ein gemäßigter Auftakt Im Vergleich zu dem, was sich in den folgenden anderthalb Jahren im Gebiet um den Straßenstrich am Pacific Coast Highway abspielen sollte. In dieser Zeit vergeht kaum ein Monat ohne neue Funde und oft findet die Polizei an einer Stelle die sterblichen Überreste gleich mehrerer Frauen an einem Platz. Sein Markenzeichen, seine große Vorliebe waren die Leichenhaufen. Dadurch behielt er im Kopf, wo sie waren und konnte jederzeit wieder herkommen und statt einem gleich sechs oder sieben Morde nacherleben. Die entlegenen Fundorte sprechen dafür, dass er bei Gelegenheit zurückkam. Er mochte es gar nicht, wenn sie entdeckt wurden, wenn man sie ihm wegnahm. Wir fanden die Beine öfter in Positionen, die nahelegten, er hätte sich an den Leichen vergangen. Die nicht abreißenden Morde versetzen alle in Angst und Schrecken. Am meisten natürlich diejenigen, die am gefährdetsten waren. Der Druck auf die Polizei wächst mit jedem Tag. 1984 bekommt die Sonderkommission Green River Killer eine neue Führung, mehr Personal und eine Hotline für Hinweise aus der Bevölkerung. Doch auch die bringt eher magere Ergebnisse, wie zum Beispiel Hinweise auf einen Pick-up-Truck. Wir machten also eine Liste von allen, die Pick-ups besaßen und eine mit allen, die wegen Verkehr mit Prostituierten einmal verhaftet worden waren. Um ein klareres Bild des Täters zu bekommen, wendet sich die Polizei an die Behavioral Science Unit des FBI. Die heute legendäre Schule der Profiler steckte damals mit ihren Verhaltensanalysen allerdings noch in den Kinderschuhen. Der Green River Killer war einer der ersten Fälle, den die Einheit für Verhaltensforschung bearbeitete. Und sie schickten auch einige Profiler vor Ort. Laut ihrem Täterprofil handelte es sich um einen männlichen Weißen, der weder dazu fähig war, einer festen Arbeit nachzugehen, noch ein geregeltes Ehe- und Familienleben zu führen. Ich schrieb in meinem Täterprofil, dass der Gesuchte sich in der Gegend gut auskennen müsse, also er kein Stubenhocker sei. Aber natürlich leugnet er alles. Er wurde von einer Sonderkommission mehrmals verhört. Aber obwohl er bei einem der längeren Gespräche erst drei Wochen zuvor eine Frau ermordet hatte, zeigte er nicht die leiseste Spur von Nervosität. Sogar ein Test mit dem Lügendetektor besteht Ridgeway souverän. Ein Lügendetektor schlägt bei Schuldgefühlen aus. Aber wenn jemand wegen seiner Taten gar keine Schuldgefühle hat, kann er bei einem solchen Test alle hinters Licht führen. Er sagte immer, sehe ich wie der Green River Killer aus? Und er war ja auch ein eher schmächtiger Typ von völlig unscheinbarem Benehmen und Aussehen. In der Zwischenzeit geht das Morden weiter. Manchmal wirkt es sogar, als wolle sich der Green River Killer über seine Verfolger lustig machen. Er sagt sich, ich bin doch ziemlich gut. Mich jagt eine ganze Sonderkommission, aber sie kriegen mich einfach nicht. Und so fängt er an, als eine Art Spiel, die Leichen immer wieder neu zu platzieren. Der Green River Killer vertuschte seine Verbrechen. Er zerstörte gezielt Beweise und reinigte die Leichen von Spuren, die er hinterlassen haben könnte. Fingerabdrücke vermied er peinlichst und wenn es doch welche gab, beseitigte er sie nachträglich. Er ist ein sehr schlauer Verbrecher, der sich immer bewusst ist, dass die Polizei alles daran setzt, ihn zu finden. Ab 1984 geht die Zahl der Leichenfunde zurück. Vermutungen werden laut, der Killer habe das weitergesucht. In Wahrheit jedoch hat er nur seine Methode geändert. Er stapelt die Leichen nicht mehr und er bringt sie weiter weg. Manche bis zu 250 Kilometer südlich. Nach Oregon. Er kehrt zu längst verwesten Leichen zurück und entfernt die Skelette. Sicher auch, um die Polizei zu verwirren. 1987 verstärkten sich die Verdachtsmomente gegen Ridgeway ein weiteres Mal. Wiederum durch den Hinweis einer Prostituierten. Wir kamen wieder auf ihn zurück, weil die Prostituierte eine gute Beschreibung mit weiteren Details lieferte. Auf diese Aussage hin konzentrieren sich die Ermittler nun auf Ridgeways Pickups und versuchen zu beweisen, dass er an den Tagen, als die Opfer verschwanden, zum Straßenstrich gefahren ist. Wir errechneten aus seinem täglichen Fahrtweg zur Arbeit den Benzinverbrauch. Seine Benzinrechnungen waren weitaus höher. Allein den Kreditkartenabrechnungen zufolge, Bargeld war da noch gar nicht drin in Mörders. Zu ihm passte das vorgegebene Profil überhaupt nicht. Ein zuverlässiger, pünktlicher Arbeiter, dazu gleich mehrere Ehen. Nicht gerade der perfekte Verdächtige. Damals herrschte die Meinung vor, dass Serienmörder eher bindungslos waren, dass sie bestenfalls vorübergehend feste Jobs hatten, nicht sonderlich gut ausgebildet waren, einsam, ohne Familienanschluss. Und diese Dinge trafen eben auf einige potenzielle Verdächtige nicht zu. 1983 war der Name Ridgeway ein zweites Mal aufgetaucht, diesmal direkt in Verbindung mit den Morden. Der Zuhälter des Opfers, Mary Malva, sagte aus, er habe sie in einen Pickup steigen sehen. Auf ihn wirkt sie verunsichert, als er ihr Gesicht durch die Windschutzscheibe sieht. Und dann verschwindet sie in der Nacht. Er erzählte Mary Malvas Familienangehörigen davon, die später den Pickup vor Gary Ridgeways Haus aufspürten. Als die junge Frau nicht zurückkehrte, gingen sie zur Polizei. Er wurde festgenommen, nachdem er Mary Malva verschleppt hatte und zu ihrem Verschwinden befragt. Aber irgendwie konnte er sich da herausreden. Dasselbe Kunststück gelingt ihm auch ein Jahr später im Fall Rebecca Garday. Er behauptet, sie hätte ihn gebissen und er hätte sich nur verteidigt. Daraufhin lässt man ihn gehen. Gary Ridgeway gilt als ein Hauptverdächtiger, aber die Beweislast gegen ihn reicht nicht aus. Ridgeway steht sowohl auf der Liste der Pickup-Besitzer, als auch auf der Liste derer, die mit Prostituierten verkehren. Er wird auch verhört, aber natürlich leugnet er alles. Er wurde von einer Sonderkommission mehrmals verhört. Aber obwohl er bei einem der längeren Gespräche erst drei Wochen zuvor eine Frau ermordet hatte, zeigte er nicht die leiseste Spur von Nervosität. Sogar ein Test mit dem Lügendetektor besteht Ridgeway souverän. Ein Lügendetektor schlägt bei Schuldgefühlen aus. Aber wenn jemand wegen seiner Taten gar keine Schuldgefühle hat, kann er bei einem solchen Test alle hinters Licht führen. Er sagte immer, sehe ich wie der Green River Killer aus? Und er war ja auch ein eher schmächtiger Typ von völlig unscheinbarem Benehmen und Aussehen. In der Zwischenzeit geht das Morden weiter. Manchmal wirkt es sogar, als wolle sich der Green River Killer über seine Verfolger lustig machen. Ted Bundy empfiehlt nach einem Opfer zu suchen, das dem River Man entkommen konnte. Tatsächlich gibt es bis dahin aber nur eine einzige Überlebende, Rebecca Gardé. 1982 hatte sie einen Freier, den sie im Nachhinein als den Green River Killer erkennt. Er wollte es auf keinen Fall in seinem Truck machen, aber ich weigerte mich, mit ihm in den Wald zu gehen. Irgendwas war da faul. Ich wurde sehr nervös. Ich zitterte richtig. Er sagte, entweder wir gehen da rauf, oder es wird nichts draus. Ich folgte ihm also hinauf, und dort flippte er dann auf einmal aus, weil ich ihn angeblich gebissen hätte. Er packte mich am Hals. Er versuchte mit aller Kraft, mir die Luft abzudrücken. Mit den Händen am Hals und auf meinem Gesicht. Das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Irgendwie schafft sie es, sich loszureißen und wegzurennen. Er sagte währenddessen kein Wort. Ich erinnere mich aber an sein Gesicht, als er sich so plötzlich auf mich stürzte. Das Schlimmste hat mich mit diesem Angriff. Als Gardé den Mordversuch bei der Polizei meldet, zeigt man ihr Fotos von Verdächtigen. Und sie pickt einen davon heraus. Sein Name, Gary Ridgway. Allerdings liegen mehr als zwei Jahre und mindestens 28 Morde zwischen dem Angriff des Green River Killers auf sie und ihrer Anzeige. Manche fragen sich, warum Gardé so lange damit gewartet hat. Der Angreifer, den Gardé identifiziert, ist kein unbeschriebenes Blatt. Gary Ridgway war schon aktenkundig, bevor am Green River die ersten Leichen auftauchten. Er war bei einer verdeckten Ermittlung des Sittendezernats aufgefallen, als er eine Undercover-Polizistin sexuell bedrängte. Doch Ridgway, ein geschiedener Vater und fest angestellt, passt nicht in das FBI-Profil eines Serienmörders. Zu ihm passte das vorgegebene Profil überhaupt nicht. Ein zuverlässiger, pünktlicher Arbeiter, dazu gleich mehrere Ehen. Nicht gerade der perfekte Verdächtige. Damals herrschte die Meinung vor, dass Serienmörder eher bindungslos waren, dass sie bestenfalls vorübergehend feste Jobs hatten, nicht sonderlich gut ausgebildet waren, einsam, ohne Familienanschluss. Und diese Dinge trafen eben auf einige potenzielle Verdächtige nicht zu. 1983 war der Name Ridgway ein zweites Mal aufgetaucht, diesmal direkt in Verbindung. Beseitigte er sie nachträglich. Er ist ein sehr schlauer Verbrecher, der sich immer bewusst ist, dass die Polizei alles daran setzt, ihn zu finden. Ab 1984 geht die Zahl der Leichenfunde zurück. Vermutungen werden laut, der Killer habe das Weite gesucht. In Wahrheit jedoch hat er nur seine Methode geändert. Er stapelt die Leichen nicht mehr und er bringt sie weiter weg. Manche bis zu 250 Kilometer südlich. Nach Oregon. Er kehrt zu längst verwesten Leichen zurück und entfernt die Skelette. Sicher auch, um die Polizei zu verwirren. 1987 verstärkten sich die Verdachtsmomente gegen Ridgway ein weiteres Mal. Wiederum durch den Hinweis einer Prostituierten. Wir kamen wieder auf ihn zurück, weil die Prostituierte eine gute Beschreibung mit weiteren Details lieferte. Auf diese Aussage hin konzentrieren sich die Ermittler nun auf Ridgways Pickups und versuchen zu beweisen, dass er an den Tagen, als die Opfer verschwanden, zum Straßenstrich gefahren ist. Wir errechneten aus seinem täglichen Fahrtweg zur Arbeit den Benzinverbrauch. Seine Benzinrechnungen waren weitaus höher. Allein den Kreditkartenabrechnungen zufolge, Bargeld war da noch gar nicht drin. Parallel dazu wurde immer deutlicher, dass Ridgway für jedes einzelne Morddatum in Frage kam. Die Ermittler fahren mit einem Durchsuchungsbefehl zu Ridgways Haus, um nach Beweisen zu suchen. Außerdem lassen sie sich von ihm eine Speichelprobe geben. Auf Verbandmull. 1987 gab es noch keinen DNA-Test, aber wir frohren den Mull ein. Die Durchsuchung des Hauses blieb ergebnislos, obwohl Ridgway viele Jahre später gestehen wird, dort mehrere Morde begangen zu haben. Mr. Ridgways Aussage zufolge tötete er die Frauen immer im Schlafzimmer. Danach zog er üblicherweise gleich das Bettzeug ab und warf es in die Waschmaschine. Noch bevor er mit der Leiche das Haus verlassen hatte. Dadurch blieben keine Spuren zurück. Die Polizei durchsuchte auch seinen Spind in der Fabrik, wo er schon seit Jahren sein Geld mit dem Lackieren von Trucks verdiente. Ab da machte sich so mancher seine Gedanken über den bislang so unauffälligen Kollegen. Wir hatten das einzigartige Erlebnis, neben ihm zu arbeiten, während wir ständig daran dachten, ob es nun war. Manche meinten ja, manche nein. Seine Nachbarn wunderten sich vor allem über die Unmengen an Krimskrams, die er besaß. Er veranstaltete riesige Hofverkäufe mit Tonnen von Zeug. Seltsam waren immer all der jungen Mädchenschmuck und die Damenschuhe. Er ist für mich ganz klar ein Mensch, der keinerlei Reue verspürt. Wenn er mir oder anderen Ermittlern in die Augen sieht und sagt, ich tötete, weil ich es wollte, dann glaube ich ihm. Ridgeway war inzwischen heimlich ins Hauptquartier der Sonderkommission transferiert worden. Dort lebte er fast sechs Monate lang in einem winzigen Büro, wo er auf dieser Matratze schlief. Er stand rund um die Uhr unter Aufsicht jener Leute, die ihm so lange vergeblich hinterhergejagt waren. Was diese nicht ganz einfach fanden. Das war die seltsamste Erfahrung in meinen 25 Jahren Dienstzeit. Man kommt ins Büro und er sagt zu einem, morgen oder gute Nacht und das sechs Monate lang. Das war für uns alle äußerst seltsam. Jeden Tag beantwortete Ridgeway vor der Kamera Fragen. Hinter ihm saßen seine Strafverteidiger und ihm gegenüber die Polizisten, denen es oft schwer fiel, beim Verhör die Ruhe zu bewahren. 20 Jahre hatten sich in mir die Fragen angestaut und jetzt wollte ich antworten. Seine Antworten waren nicht immer einfach zu bewerten. Dieser Mann ist ein pathologischer Lügner, nicht nur ein gefühlloser Psychopath. Was Wahrheit ist und was Lüge, er kennt den Unterschied nicht. Dennoch brachten die Verhöre wichtige Ergebnisse. Die Ermittler erfuhren zum Beispiel, dass Ridgeway seine erste Gewalttat bereits als Teenager begangen hatte. Damals hatte er einen achtjährigen Jungen mit einem Messer angegriffen. Dem Jungen zufolge hatte Ridgeway gesagt, und er selbst bestätigt dies, Ich wollte nur wissen, wie es sich anfühlt zu töten. Und dann lachte er und ging weg. Wichtige Aufschlüsse brachten auch die Passagen über Ridgeways Beziehung zu seiner Mutter. Er war bis in seine frühen Teenagerjahre Bettnisser und erinnerte sich, wie sie ihm die Geschlechtsteile gewaschen hatte. Er empfand ihr gegenüber eine Mischung aus sexuellem Begehren und Erniedrigung. Er erzählte, er hätte sie beim Sonnenbaden beobachtet und dabei sexuelle Fantasien entwickelt. Und im selben Atemzug erklärte er, wie wütend er auf sie sei, dass er sie umbringen wolle. Mit 21 heiratete Ridgeway und meldete sich zur Navy. Er wurde auf den Philippinen stationiert, wo er häufig die Rotlichtviertel aufsuchte, bis er sich eine Geschlechtskrankheit einfing. Entwickelte er hier seinen tödlichen Hass auf Prostituierte? Oder hasste er Frauen generell und tötete Prostituierte nur, weil sie leichte Opfer waren? Er erklärte auch, warum er zählte. Die Arbeit der Spurensicherer sollte entscheidend zur Ergreifung des Mörders beitragen. Doch leider erst 20 Jahre später. Bis es dazu kam, brachte der Green River Killer mindestens 48 Frauen um. Damals ahnten wir nicht, wie schlimm es noch werden sollte. Nachdem die ersten Leichen aufgetaucht waren, breitete sich in den Ortschaften entlang des Green River Angst aus. Wenn man in diesem Sommer allein im Auto saß, kam ständig die Polizei und fragte, was man da tat. Es war seltsam. Die Polizei von King County setzte mit anderen Behörden eine groß angelegte Ermittlung in Gang. Von nun an wurde der Flusslauf ständig überwacht. Doch dieser Teil der Fahndungsstrategie gelangte an die Öffentlichkeit und blieb daher ergebnislos. Das mit der Überwachung kam in den Nachrichten, woraufhin er seine Opfer nicht mehr am oder im Fluss ablegte. Er wusste leider sehr viel von uns. Im September findet man nahe dem Flughafen Seattle-Tacoma eine sechste erdrosselte Frau. Sie liegt in einem Waldstück, wo viele Straßenprostituierte mit ihren Freiern hinfahren und wird als Giselle LaVaughn identifiziert. Wie sich herausstellt, ist die 17-Jährige bereits im Juli verschwunden. Alle bisherigen Opfer waren entweder Ausreißerinnen oder Prostituierte vom Straßenstrich entlang des Pacific Coast Highway, wo sie auch zuletzt gesehen worden waren. Wenn es in einer Stadt irgendwo Prostituierte, Drogensüchtige, Obdachlose gibt, ist die Gegend das ideale Revier für Serienmörder. Leichte Beute. Der Mörder hat offensichtlich ein spezielles Interesse an Prostituierten. Das mag mit seinem Vorleben zu tun haben, kann aber auch einfach daran liegen, dass er an diese Frauen so leicht herankommt. Die Opfer waren schutzlos. Mädchen, junge Frauen. Wir haben schon Straßenprostituierte aufgelesen, die erst elf Jahre alt waren. Die spärlichen Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen ergaben noch keinerlei konkrete Spur. An einer Prostituierten findet man Haare und Gewebe, auch Sperma. Aber man weiß nicht, ob es von einem früheren Feuer stammt oder vom Täter. Zu allem Übel spielen auch die nicht nachlassenden Medienberichte dem Täter geradezu perfekt in die Hand. Sie finden die Opfer im Fluss und schon wechselt er aufs Land. Ich denke, er war immer darum bemüht, seine Strategie, seine... Wir fanden die Beine öfter in Positionen, die nahe legten, er hätte sich an den Leichen vergangen. Die nicht abreißenden Morde versetzen alle in Angst und Schrecken. Am meisten natürlich diejenigen, die am gefährdetsten waren. Der Druck auf die Polizei wächst mit jedem Tag. 1984 bekommt die Sonderkommission Green River Killer eine neue Führung, mehr Personal und eine Hotline für Hinweise aus der Bevölkerung. Doch auch die bringt eher magere Ergebnisse, wie zum Beispiel Hinweise auf einen Pickup-Truck. Wir machten also eine Liste von allen, die Pickups besaßen. Und eine mit allen, die wegen Verkehr mit Prostituierten einmal verhaftet worden waren. Um ein klareres Bild des Täters zu bekommen, wendet sich die Polizei an die Behavioral Science Unit des FBI. Die heute legendäre Schule der Profiler steckte damals mit ihren Verhaltensanalysen allerdings noch in den Kinderschuhen. Der Green River Killer war einer der ersten Fälle, den die Einheit für Verhaltensforschung bearbeitete. Und sie schickten auch einige Profiler vor Ort. Laut ihrem Täterprofil handelte es sich um einen männlichen Weißen, der weder dazu fähig war, einer festen Arbeit nachzugehen, noch ein geregeltes Ehe- und Familienleben zu führen. Ich schrieb in meinem Täterprofil, dass der Gesuchte sich in der Gegend gut auskennen müsse, also er kein Stubenhocker sei. Und dass er versuchen könnte, sich selbst an den Ermittlungen zu beteiligen, zum Beispiel als Kontaktmann zu den Straßenprostituierten. Die Polizei stellte lange Listen von Verdächtigen zusammen. Es war geradezu unheimlich, auf wie viele Männer das Profil zumindest teilweise zutraf. Am Ende standen auf unseren Listen 12.000 bis 15.000 Namen von Verdächtigen, die wir zu überprüfen hatten. Als erster gerät ins Visier der Ermittler ein vorbestrafter Taxifahrer, der der Polizei seine Hilfe anbietet. Ein Hauptverdächtiger war ein Taxifahrer, ohne dass wir irgendeinen Beweis gegen ihn gehabt hätten. Irgendwie schafft sie es, sich loszureißen und wegzurennen. Er sagte währenddessen kein Wort. Ich erinnere mich aber an sein Gesicht, als er sich so plötzlich auf mich stürzte. Als Gardé den Mordversuch bei der Polizei meldet, zeigt man ihr Fotos von Verdächtigen. Und sie pickt einen davon heraus, sein Name Gary Ridgway. Allerdings liegen mehr als zwei Jahre und mindestens 28 Morde zwischen dem Angriff des Green River Killers auf sie und ihrer Anzeige. Manche fragen sich, warum Gardé so lange damit gewartet hat. Der Angreifer, den Gardé identifiziert, ist kein unbeschriebenes Blatt. Gary Ridgway war schon aktenkundig, bevor am Green River die ersten Leichen auftauchten. Er war bei einer verdeckten Ermittlung des Sitten-Dezernats aufgefallen, als er eine Undercover-Polizistin sexuell bedrängte. Doch Ridgway, ein geschiedener Vater und fest angestellt, passt nicht in das FBI-Profil eines Serienmörders. Zu ihm passte das vorgegebene Profil überhaupt nicht. Ein zuverlässiger, pünktlicher Arbeiter, dazu gleich mehrere Ehen. Nicht gerade der perfekte Verdächtige. Damals herrschte die Meinung vor, dass Serienmörder eher bindungslos waren, dass sie bestenfalls vorübergehend feste Jobs hatten, nicht sonderlich gut ausgebildet waren, einsam, ohne Familienanschluss. Und diese Dinge trafen eben auf einige potenzielle Verdächtige nicht zu. 1983 war der Name Ridgway ein zweites Mal aufgetaucht, diesmal direkt in Verbindung mit den Morden. Der Zuhälter des Opfers, Mary Melva, sagte aus, er habe sie in einen Pick-up steigen sehen. Auf ihn wirkt sie verunsichert, als er ihr Gesicht durch die Windschutzscheibe sieht. Und dann verschwindet sie in der Nacht. Er erzählte Mary Melva's Familienangehörigen davon, die später den Pick-up vor Gary Ridgways Haus aufspürten. Als die junge Frau nicht zurückkehrte, gingen sie zur Polizei. Er wurde festgenommen, nachdem er Mary Melva verschleppt hatte und zu ihrem Verschwinden befragt. Aber irgendwie konnte er sich da herausreden. Dasselbe Kunststück gelingt ihm auch ein Jahr später im Fall Rebecca Gardé. Er behauptet, sie hätte ihn gebissen und er hätte sich nur verteidigt. Daraufhin lässt man ihn gehen. Gary Ridgway gilt als ein Hauptverdächtiger, aber die Beweislast gegen ihn reicht nicht aus. Ridgway steht sowohl auf der Liste der Pick-up-er. Bis es dazu kam, brachte der Green River Killer mindestens 48 Frauen um. Damals ahnten wir nicht, wie schlimm es noch werden sollte. Die Polizei und Suche haben viele Beispiele gefunden, die vielleicht nicht mit den töten Frauen oder ihren Körnern geliefert werden können. Mehr Menschen sind auf der Seite gestern Abend gefunden. Nachdem die ersten Leichen aufgetaucht waren, breitete sich in den Ortschaften entlang des Green River Angst aus. Wenn man in diesem Sommer allein im Auto saß, kam ständig die Polizei und fragte, was man da tat. Es war seltsam. Die Polizei von King County setzte mit anderen Behörden eine groß angelegte Ermittlung in Gang. Von nun an wurde der Flusslauf ständig überwacht. Doch dieser Teil der Fahndungsstrategie gelangte an die Öffentlichkeit und blieb daher ergebnislos. Das mit der Überwachung kam in den Nachrichten, woraufhin er seine Opfer nicht mehr am oder im Fluss ablegte. Er wusste leider sehr viel von uns. Im September findet man nahe dem Flughafen Seattle-Tacoma eine sechste erdrosselte Frau. Sie liegt in einem Waldstück, wo viele Straßenprostituierte mit ihren Freiern hinfahren und wird als Giselle LaVaughn identifiziert. Wie sich herausstellt, ist die 17-Jährige bereits im Juli verschwunden. Alle bisherigen Opfer waren entweder Ausreißerinnen oder Prostituierte vom Straßenstrich entlang des Pacific Coast Highway, wo sie auch zuletzt gesehen worden waren. Wenn es in einer Stadt irgendwo Prostituierte, Drogensüchtige, Obdachlose gibt, ist die Gegend das ideale Revier für Serienmörder. Leichte Beute. Der Mörder hat offensichtlich ein spezielles Interesse an Prostituierten. Das mag mit seinem Vorleben zu tun haben, kann aber auch einfach daran liegen, dass er an diese Frauen so leicht herankommt. Die Opfer waren schutzlos. Mädchen, junge Frauen. Wir haben schon Straßenprostituierte aufgelesen, die erst elf Jahre alt waren. Die spärlichen Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen ergaben noch keinerlei konkrete Spur. An einer Prostituierten findet man Haare und Gewebe, auch Sperma. Aber man weiß nicht, ob es von einem früheren Feuer stammt oder vom Täter. Zu allem Übel spielen auch die nicht nachlassenden Medienberichte dem Täter geradezu perfekt in die Hand. Sie finden die Opfer im Fluss und schon wechselt er aufs Land. Ich denke, er war immer darum bemüht, seine Strategie, seine Methoden noch weiter zu verfeinern. Als Jäger reifte er beträchtlich, wurde immer listenreicher, bis er vier bis fünf Mal pro Monat mordete. Die Zahl seiner Opfer nahm stetig zu. Ende 1983 hatte man bereits 13 Leichen gefahren. Das sind riesige Hofverkäufe mit Tonnen von Zeug. Seltsam waren immer all der jungen Mädchenschmuck und die Damenschuhe. Das verstand ich nicht. Dennoch hätte keiner diesem Gary Ridgway ein solches Doppelleben zugetraut. Wenn man mich fragt, was den Alltag von Gary Ridgway bestimmte, so würde ich sagen, Tod und Sex. Nur darum ging es in seinem Seelenleben. Nicht um Karriere oder sonst eine Leidenschaft. Egal ob er aß, schlief, wahrscheinlich sogar wenn er mit seiner eigenen Frau im Bett war, immer dachte er nur daran, wie er im Wald eine Frau vergewaltigt und tötet. Das war für ihn das Höchste. Er wurde ein Virtuose unter den Serienmördern. Sonst konnte er nicht viel, aber beim Auflauern und Töten gehörte er zu den Besten. Da immer weniger Leichen gefunden wurden und weiterhin handfeste Beweise fehlten, lief auch die Suche nach dem Mörder allmählich nur noch auf Sparflamme. Die Sonderkommission Green River Killer schrumpfte immer mehr zusammen, bis sie 1991 nur noch aus genau einem Detektiv bestand. Irgendwann war nur noch ich da. Aber ich wollte meine Pflicht erfüllen. Schließlich war ich mir nicht einmal mehr sicher, ob der Fall ohne mich überhaupt weiterverfolgt worden wäre. Tom Jansen wurde zum Wächter am Grab eines scheinbar Totenfalles. Er verwaltete akribisch alle Spuren, die an den dutzenden Fundorten gesammelt worden waren. Ansonsten konnte er nichts anderes tun, als auf den Tag zu warten, an dem die Wissenschaft in der Lage sein würde, aus den Indizien gegen Gary Ridgway eindeutige Beweise zu machen. In den 90er Jahren war vom Green River Killer kaum noch die Rede. Es tauchten keine Leichen mehr auf, was aber genauso gut daran liegen konnte, dass der Mörder sie nun noch sorgfältiger versteckte. In dieser Zeit setzte Tom Jansen seine Hoffnung auf die Fortschritte in der Kriminaltechnik. Durch den genetischen Fingerabdruck, so hieß es, werde man bald jede Form von Körpergewebe eindeutig einem Menschen zuordnen können. Sobald dieses Verfahren die vor Gericht nötige Verlässlichkeit erreicht hatte, wollte er es unverzüglich auf Gary Ridgway anwenden. In den 80ern hätte ein Vergleich von Ridgways Speichelprobe mit den Spermaspuren, die an einigen Opfern gefunden worden waren, noch eher geringe Erfolgsaussichten gehabt. Man sagte uns, die Sache sei noch nicht ausgereift. Und die wenigen Spuren, die wir hatten, könnten bei den Tests zerstört werden. Deshalb sollten wir besser warten, bis die Wissenschaft soweit sei. Dank der heutigen Technologie